Die Tür ist auf, ich glaube wir gehen rein, bis die Mitarbeiter Dampf uns anschreiben. Ja, halt die Wache und zieh durch. Ja, weiter, weiter, weiter. Hallo? Hongel, hallo? Ja, ich habe gesagt, einen Moment, habe ich nicht verstanden, tut mir leid. Wie war das mit dem Singen? Hallo? 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 Ich werde mich nicht verstanden, dass wir gleich nicht verstanden. Is your father prompt? Hallo? Is your father prompt? Is your father prompt? I will not be. Yeah. Ihr ist ganz egal, wir haben ja auch einen. Hallo? Uns ist alles egal, wir wollen nur ein wenig schnacken. Wie lange gebraucht ihr? Ey wir brauchen Stoff. Wir brauchen Stoff. Wir brauchen Stoff. Stoff. Wir brauchen Stoff. Was gehen alle? Das müssen wir mitmachen. Hallo? 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 Ohlale! Ohlale! Und dann? Das gibt es doch nicht, Alter, wie lange der braucht. Und das gibt es doch nicht, wie lange? Danke. Das ist eigentlich schon voll unverschämt. Voll unverschämt. Voll unverschämt. Geht's vielleicht mal schneller. Ohlale! 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 Welches Kölsch hast du hier? Ohlale! Ohlale hier ja! Was ist das aber? Ohlale! Ich wäre da noch an der Hand gefallen die Bandscheiben vorfallen. Ich darf da gar nicht tragen. Du machst 1 Kölsch und 4 Schよßer Soß Du machst in Köln schon drei Schlösser und Bombe. I'm just a bachelor. Das heißt polisch. Köln schon drei Schlösser. Ja, ich muss da auch hochheben. Und ich möchte... Scheiße, das Lok wird kein Schwein, ey. Ich hab Bandscheibenvorfall, ich darf so schwere Sachen gar nicht tragen. Äähähäh, kannst du wagen? Ich hab Klabusterperlen, ich darf dann auch nicht... Klabusterperlen. Ich hab Überrasch im Rücken, man, ich darf gar nichts. Ich darf doch was. Ja, bitte. Was? Hast du Krampf oder was? Ich steh nur hier. Ich bin Paparazzo. Ich steh nur hier. Ich steh nur hier. Hallo. 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 Juhu. Wo sind sie? Ach guck mal, das ist ja Bier. Das ist Bier. Das ist Bier. Komm mal, wir haben Bier. Komm mal, wir haben Bier. Komm mal, wir haben Bier. Komm mal, sie ist am Öffnen, ich sag Hallo und dann kommt Bier. Hallo. Bier. Wir haben Bier. Komm mal. Bier. Komm mal, wir haben Bier. Ein schöner Abner. Oh, nein. Ah. Ah. Oh nein. Findestatement. Und wenn die Welt wäre morgen. Genau. Es ist Paul DeLisches, Alter. Hallo. 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 Ich stehe nicht. Oha! Ich kann dir aber nicht hören! Ich kann noch nicht von den Lippen lesen! Was machst du denn hier? Ich bin doch fast an und ich bin ja verkauft! Hallo? 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 Woher gehst du so verarscht vor? 100% Scheiße, ich fülle den Boden Schlösser Alter Der ist blind Nacht und tat blind, Junge Oh scheiße, ich kann nicht mehr Ich geh dir an Marco, gleich einfach unserer Stimme folgen, okay? Schalalala Schalalalalala Schalalalalala Schalalala Schalalala Ja, aber die Düsseldorf Ja, aber die Düsseldorf Doch, die sind auch Ja, aber die Köln ist die Düsseldorf Köln ist ja eigentlich Hallo? Hallo? Ja, schönen Abend Hallo? Tschüss! Tschüss! Tschüssi! Ich hab noch ein Bier bestellt Hallo? Tschüss! 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 Tschüss!